So Perfect von Cezuan Sir Donahal. Er ist ein Hengst, sehr, sehr langbeinig. Ein großer Hengst, aber sehr schön schmal. Er hat viel, viel Potential, finde ich sehr viel Kapazität. Ein Pferd mit drei super Grundgangarten, viel PS, aber man kann das Pferd schön anmachen, aber auch ruhig machen. Und das ist, was man will, das ist, was man braucht in einem Toppferd. Super, super Trabarbeit. Ein Pferd mit viel, viel Hinterbein und Schulterfreiheit. Guck mal, wie er die Schlangelinie hermacht mit sein Vorderbein her und Hinterbein sehr, sehr schön. Super Anlehnung und formt sich sehr gut mit Hals und so weiter. Er hat viele Nachkommen auch gehabt und er hat ein paar richtig teueres Fohlen. Aber was ist mehr interessant für mich, ist natürlich, wenn wir anfangen, die Pferde zu arbeiten, weil ihm selber her ist ein sehr positives Pferd, wo ich glaube, die Nachkommen wird genauso gut wie ihm. Und er hat selber in unserem Laufstall top, top Pferde von So Perfect. Und wie ich immer sage, warum soll er nicht gute Pferde machen? Weil er ist so von Natur ein Unikum her mit Skritt, Trab, Galopp und er ist nicht gemacht. Und darum glaube ich auch, die Pferde, was man nicht machen sollen, für Gangern, die vererbt sich auch sehr, sehr gut. Und er hat große Linien und so weiter. So, das freuen uns sehr, wenn wir die Nachkommen in Gang im Arbeit zu sehen. Hier haben wir angefangen mit Außengalopp. Das ist natürlich in dieser Zeit der Jahr ein bisschen früh. Wir fangen alle mit Außengalopp, weil die müssen alle diese Übergänge im Sommer machen, mit dem Fünfjahre-FWI-Programm da. Aber das sieht man auch hier, das hat er keine Probleme mit dem Außengalopp. Und was er hat hier, auch so perfekt. Der hat diese PS, was man braucht für Top Sport. Aber er hat natürlich auch diese interne Ruhe, wo man sagt, jetzt ist Schluss und dann ist er ruhig. Und ich finde, das ist ein großes Wert von einem Trassurpferd. Weil wir wollen nicht mehr diese verrückte Pferde haben, das ist nur heiß, 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 weil die so viel PS hat. Oder man wollen auch nicht ein faules Pferd haben. Und er hat wirklich diese Einstellung, was für den Reiter viel, viel Spaß macht. Ich glaube, der war.